Ich begrüße Sie zu diesem Videotraining. Mein Name ist Daniel Lieske und gemeinsam werden wir uns mit dem Zeichnen in der Perspektive beschäftigen. Ich arbeite nun schon seit vielen Jahren als Illustrator und Comiczeichner und am Anfang meines Werdeganges stand auch für mich die Erarbeitung der grundlegenden Zeichentechniken. Im Zusammenhang mit dem Zeichnen fallen oft Begriffe wie Begabung oder Talent. Die Grundlage einer funktionierenden Zeichnung besteht aber vor allem in der Kenntnis der Regeln der Perspektive. Nur wenn wir unsere Motive perspektivisch korrekt zeichnen, entsteht ein echter räumlicher Eindruck und damit eine überzeugende Abbildung der Realität. Die Regeln der Perspektive bilden jeden Tag die Grundlage meiner Arbeit als Illustrator und glücklicherweise lassen sie sich relativ schnell erlernen. Indem wir uns Schritt für Schritt an das Thema annähern, wird auch der komplette Anfänger schon bald nicht mehr eine leere Fläche sehen, wenn er ein weißes Blatt betrachtet, sondern einen endlosen freien Raum, der nur darauf wartet, mit unseren Ideen gefüllt zu werden. Wir werden uns in diesem Videotraining mit allen wichtigen Varianten des perspektivischen Zeichnens befassen. Wir werden mit einem, zwei und drei Fluchtpunkten arbeiten, werden lernen mit der perspektivischen Verkürzung umzugehen und den Raum nach unseren Wünschen aufzuteilen und zu gestalten. Abgerundet wird dieses Training dann noch durch einige grundlegende Übungen zum Thema Spiegelung und Schattenwurf. Dabei wünsche ich Ihnen jetzt schon viel Spaß. Spiegelung